THIS IS BARTA Metal Leute, servus und herzlich willkommen in Konstanza, dessen Hafen mir hier hinter mir zu Füßen liegt. Schmeckes! Und? Ich bin damit alle für Schwebel und vor. Irgendwann muss ich auch noch in den Kino mit euch. Also nicht ins Kino selber und in den Film filmen, sondern ich geh rein und guck wie der Film ist. Ob er synchronisiert ist oder mit Untertiteln. Also im Fernsehen, wenn amerikanische Filme laufen, dann eigentlich immer im Originalton mit Untertiteln. Dann gucken wir, wie es im Kino ist. Was hinter mir ist die Schlange der Apotheke. Keine Ahnung, ob es da was umsonst gibt. Hier in Rumänien ist es anders als in Deutschland. Hier gibt es keine frei verkäuflichen Medikamente, sondern nur alles in der Apotheke. Also auch Kupfetabletten oder sowas, die in Deutschland in jedem Brokeriemarkt zu haben sind. Gibt es hier in Rumänien nur in der Apotheke. Und deshalb sind auch hier die Menschenschlangen ein bisschen länger. Musik 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 Kodewohnen am Mittel. Hier verkauft der Chaos Computer Club Schuhe und Taschen. Musik Da kommen also die Millionen her. Die Oshan, das ist eine Warenhauskette. Kann man vergleichen mit Walmart. Einen riesengroßen Läden, in denen es alles gibt. Von der Packung Zucker bis zum, keine Ahnung, Rasenmäher. Nur Schrotfremden gibt es hier keine. Das ist ja lustig. Das Ding folgt wahrscheinlich der schwarzen Linie hier mit Sensoren. Für Kinder. Und jetzt fahre ich nach Konstanzar runter in die Stadt rein. Ich möchte da nicht hin. Aber für euch tue ich ja alles. Da haben wir die Lüfter. Und der gute Spring. Let's schneich. Ich stelle ich vor dem Marine Museum Rumäniens. Ich mache mal noch eine detailliertere Folge über Konstanzar. Heute haben wir da keine Zeit dafür. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Das Schwarze wieder in Konstanza. Schwarz, breit, stark. Ach ne, das war was anderes. Mihai Eminescu. Das ist der Dude auf den 500 Lei Scheinen. Ah, it'll be fine. Der Hafen von Konstanza hier hinter mir ist übrigens der viertgrößte Europas. Nach Antwerpen, Marseille und Hamburg wahrscheinlich. Das Nationalhistorische Museum hier in Konstanza würde ich auch noch näher besuchen, wenn ich meine Konstanza-Folge drehe. Heute nicht. Monster. Das Monster. Da steht er. Ford Blue. Ja, alles in Ordnung. Hier wird halt aufgebaggert. War nicht scheißegal. Fußgänger. Der arme Pöbel soll nun mal reingekommen. So sieht die professionelle rumänische Verkabelung hier aus. Im Land. Alles digital, alles wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020